Hallo meine lieben Schätzle, all die, die so noch nicht genannt werden möchten und willkommen zu einem weiteren Review eines weiteren deutschen Herstellers und mal wieder einer Premiere hier auf dem Kanal, über die ich mich besonders freue. Denn wir haben Junkers im Programm. Ich war begeistert, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Junkers zwar natürlich gekannt, aber auch schon lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und wenn man sich jetzt mittlerweile das Sortiment anschaut, da sind doch einige Uhren dabei, die ich persönlich wirklich feiere. Ja, unter anderem die Uhr, die ich heute hier habe, es gibt noch einen Krono, den könnt ihr euch auch mal angucken. Also das ist auch ein Krono, aber es gibt noch einen weiteren Krono, der hat so eine leichte Racing Optik. Vielleicht stelle ich euch den bald auch nochmal vor, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber heute beginnen wir sozusagen mit dem Flagship, das auch so ein bisschen die Marke und die Tradition Junkers verkörpert und zwar die JU52. Und da muss man wissen, das ist das legendäre Flugzeug von Junkers. Und wisst ihr, was geil ist? In der Verpackung ist hier so ein Flugzeug dabei gewesen. Spielkind. Ja, diese dreimotorige Maschine ist eine Legende bei Junkers. Die spiegelt sich auch wiederum im Designer-Uhr wieder. Gerade so dieses Wellblech, was man hier an dem Flugzeug sieht, das galt auch damals als eines der überhaupt robustesten Flugzeuge, die es gab. Die Lufthansa hatte über 100 Stück im Einsatz. Und das spiegelt sich halt, gerade diese Wellbleche spiegeln sich hier in dem Ziffernblatt wieder. Und auf dem Ziffernblatt wirkt es super interessant. Also ich habe die zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, boah, das ist cool. Das ist mal anders. Das ist eine Fliegeruhr, keine Frage. Aber, was heißt aber? Aber, ich bin ja eher der Taucheruhren-Fan, aber wieder eine, die mich abholt. Und zwar allein schon durch die Ästhetik, durch dieses Blatt und durch die Idee dahinter. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass Junkers nicht einfach nur ein Hersteller ist, der sich, ich sage mal, den Fliegern verschrieben hat und dem er Uhren für Flieger baut. Ja, oder Pilotenuhren. Sondern Junkers ist Hersteller von Flugzeugen. Und das finde ich wiederum sehr, sehr interessant an der Historie. So, ich habe sie mir jetzt mal in den Arm gepackt. Ich bin im letzten Loch. Ich weiß nicht, ob es etwas längere Armbänder gibt. Das heißt, wenn ihr so einen Umfang habt wie ich, so von 20,5, dann wäre es ratsam, vielleicht ein etwas längeres Band direkt mitzuholen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt an meinem Arm hier gut erkennen. Ich habe sie in zwei Varianten hier. Einmal in Silber und einmal in Schwarz. Und ich könnte mich gar nicht entscheiden, welchen der beiden Uhren ich jetzt hier interessanter finde. Weil sowohl die Silberne als auch die Schwarze haben absolut was. Und was ich auch interessant finde, zumindest ist das so auf der Homepage angegeben und ich habe es lange nicht mehr gesehen, ist hier ein Valjoux 7750 drin. Und das finde ich mega interessant. Und wenn dem so ist, dann ist gerade so alte Uhrenfans wie ich, ich weiß nicht, so ein Valjoux-Werk, war immer irgendwie was Besonderes. Und ich finde, das passt wunderbar in so eine traditionsreiche Uhr, zumindest die etwas so traditionsreiches darstellt, wie die Tante Joux. So heißt oder hieß eben liebevoll das Flugzeug, also die JU52. Und interessant ist halt auch das Glas, das verwendet wird. Das ist ein wirklich massives, gewölbtes, also leicht gewölbtes Glas. Ihr habt dadurch auch so einen kleinen Vergrößerungseffekt. Das ist interessant. Dadurch wirkt die Uhr auch nochmal ein bisschen eigenständiger. Vielleicht kommt dadurch auch das Ziffernblatt deshalb so hervorragend raus. Es ist auf jeden Fall ein massives Glas. Also ihr spürt einfach, das ist eine massive Uhr. Die hat natürlich eine gewisse Bauhöhe, allein schon bedingt durch das Werk. Und sie ist natürlich trotzdem, sie jetzt hier weiß auf weiß ist, man hat hier extra dann die Zeiger schwarz umrahmt. Also sind schwarze Zeiger, schwarze Ziffern. Ihr könnt also dementsprechend wirklich sehr, sehr gut ablesen. Super Luminoba, selbstverständlich. Und ja, ein schöner roter Sekundenzeiger, das Logo von Junghans oben in der Mitte. Ja, das passt. Totalisatorenanordnung links, oben, unten. Also auch die klassische Anordnung. Wir haben Tag und Datum, also Wochentag und Datum. Das finde ich auch immer sehr schön. Und wenn wir jetzt nochmal die schwarze Uhr nehmen. Ja, die schwarze Uhr ist halt so ein bisschen kerniger natürlich dadurch. Die eine ist was eleganter, die silberne. Und die schwarze, ja, die ist so eine schöne kernige Männeruhr. Wirkt tatsächlich auch wieder etwas schlanker dann auf meinem Arm als die silberne. Was auch noch interessant ist bei Junkers. Junkers baut bis heute noch Flugzeuge. Ich habe auch einen Prospekt mitbekommen, wo du wirklich diese Flugzeuge dir auszusuchen kannst. Die sind, ich habe keine Ahnung von Flugzeugen, das müssen wir dazu sagen. Aber ich glaube, dass sie so ein bisschen, ja, die sind so Vintage-mäßig. Also das heißt, sie werden wahrscheinlich modern gefertigt. Aber sehen halt noch aus wie eben so Flieger aus alten Zeiten. Mega spannend. Also ich glaube, dass das für Piloten, die auf solche Flugzeuge stehen, ein absolutes Highlight sein muss. Da steigt ja auch noch so ein mit Fliegermütze und so weiter. Eigentlich genial. Also ja, ich finde, das ist eine echt spannende Idee. Es ist eine echt schöne Markenkombination. Also wirklich aus Flugzeughersteller und Fliegeruhren. Und preislich finde ich sie aber auch nicht unattraktiv. Mit Lederband liegt die bei 2230. Und mit Stahlband, das ist echt fast ein Witz, liegt sie bei 2285 Euro. Und das für einen richtig schönen Chronographen von einer wirklich schönen deutschen Traditionsmarke. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr mal Bock habt auf sowas, dann unterstützt die deutschen Hersteller. Kauft euch mal eine Junkers. Kann ich nicht anders sagen. Ist eine sehr, sehr interessante, spannende Uhr. Außergewöhnlich von der Optik her. Ja, nicht alltäglich und langweilig. Wie sie es gehört, hat sie auch eine ordentliche Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Das ist für eine Fliegeruhr mehr als ausreichend. Es ist ja nicht eine Taucheruhr, aber es ist ja auch immer albern, wenn Leute in Fliegeruhren aus irgendwelchen Gründen eine Wasserdichtigkeit reinpacken. Oder sie nur bis zu einer gewissen 30 Meter oder sowas wasserdicht machen. Hier habt ihr 100 Meter. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Ihr habt einen Glasboden. Sie ist im Durchmesser 42 Millimeter. Horn zu Horn sind 50 Millimeter. Ja, das ist halt wirklich auch eine Uhr, die an viele Handgelenke passt. Die weiße, das heißt, wenn ihr breitere Handgelenke habt, die weiße bzw. silberne Uhr, dafür glaube ich etwas besser geeignet, weil sie wirkt ein bisschen robuster. Die schwarze wirkt etwas filigraner, vielleicht für Leute mit etwas schmaleren Handgelenken. Aber wie gesagt, ich denke, mit Horn zu Horn von 50 Millimetern können viele diese Uhr tragen. So, und jetzt bin ich echt mega gespannt, was sagt ihr zu Junkers? Wie gefallen euch diese Uhren? Ist das was, was ihr euch vorstellen könnt, in eure Kollektion aufzunehmen? Dann, ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video, im Review, was auch immer. Bis dahin mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.